Wie lässt sich die Phase an einem beliebigen Ort Z in einem Interferenzfeld zweier Kreiswellensender bestimmen? Wie im letzten Video gezeigt, misst man dazu die Entfernung der Sender vom Ziel Z jeweils aus und bestimmt den zugehörigen Phasenzeiger. In Bezug auf konstruktive Interferenz schauen wir uns folgendes Beispiel an. Wir gehen mal davon aus, dass in Bezug auf den linken Sender wir einen Zeiger haben, der nach oben zeigt und in Bezug auf den rechten Sender auch. Würden wir diese nun addieren, bekämen wir insgesamt eine Verstärkung, da beide Zeiger in die gleiche Richtung zeigen, die Amplitude verdoppelt sich. Wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass dieser Zeiger sich drei ein Viertel mal gedreht hat und dieser vier ein Viertel mal. Ausgangsstellung ist selbstverständlich in die 3 Uhr Richtung. Wir sehen, dass wir einen Unterschied haben, zeitlich gesehen, von einer Periodendauer und räumlich gesehen von einer Wellenlänge, drei ein Viertel zu vier ein Viertel. Wir könnten also sagen, der Phasenunterschied an dieser Stelle ist eine Wellenlänge in Bezug auf die räumliche Periode gesehen. In einem weiteren Beispiel könnte man sich anschauen, beide Zeiger Zeiger zeigen nach links. Wir können mal davon ausgehen, hier haben wir 9,5 Umdrehungen und hier haben wir 2,5 Umdrehungen. Das würde hier in der Summe auch bedeuten, beide Zeiger zeigen in die gleiche Richtung. Wir bekämen wieder eine Verstärkung raus und wir hätten hier jetzt einen Unterschied zeitlich gesehen von sieben Periodendauern und räumlich gesehen von sieben Wellenlängen. Einmal rum ist schließlich eine Wellenlänge. Der Phasenunterschied beträgt hier sieben Wellenlängen. Als Verallgemeinerung lässt sich sehr einfach schließen, dass beim Vorliegen des Phasenunterschiedes von n mal Lambda, wenn n eine beliebige ganze Zahl ist, konstruktive Interferenz entsteht. Das bedeutet, der Unterschied zum Beispiel siebenmal Lambda, wie wir ihn hier haben, oder auch fünfmal Lambda oder auch minus dreimal Lambda würde jeweils eine konstruktive Interferenz hervorrufen. Bei destruktiver Interferenz sähe das anders aus, aber dazu gibt es im nächsten Video weitere Informationen.